Oh mein Gott! Hey, no! Julia! Julia! Ich brauche Julia! Wo ist Tafsi? Wo ist Tafsi? Zert hat gegen Rutger Korn und nicht gegen Overs. Das heißt, es ist ein Squash-Match. Wer schlechter ist? Ich oder selbst? Julia! Commentary! Leute, kann einer mal bitte auf Bracket nachgucken, wie das Headcount ist? Ich glaube, der ist 2-1 für RPA. Uno sermenta, por favor! Ja, gönn dir! Ich hab mal Getränke im Kühlschrank und Leute legen mir nur die Sätze hin. Das ist so gestört. Ist die Reprale? Ja, ja. Aber es gibt noch einen im Kühlschrank, oder? Guck mal den Kühlschrank. Guck mal, ob noch Rufner ist. Das ist das beste Commentary und generell der beste Reimer-Endure. Das ist so geil, oder? Ich bin zu doof dafür. Nur TSU, das letzte Kampfkraft. Ja, aber das war einfach Storyline. Wir haben Storyline nie geschafft. Die ist komplett konzentriert und sie ist trotzdem steck. Ja, aber die macht ja Gamescoms damals. Ja, ja, das auch. Ist der Luft noch da? Ey, August, kannst du mal kurz eine Kühlschrankung sagen, wer in der Luft ist? Digga. Mach weiter. Ich freu mich so hart da drauf, dass Geldjungen jetzt in den Finals gewinnt und Rufbaum 6-0. Da freu ich mich so hart drauf. Da freu ich mich so hart drauf. In Berlin-Smash in der Prozene. Rf-Man. Rf-Man! Ich bin der Zeitraum. Was? Die andere? Die hatte Buchs, das war Buchsluft. Wo ist der Buchswagen? Was? Das war Buchsluft, Berlin-Luft. Okay. Das läuft schon richtig 6.30 Sekunden. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja, moin. Tschüss. Tschüss, Levi. Ah! Was sagt man nicht? Nevi, vergesst nicht den Channel zu folgen. Geh ein bisschen MUTU spielen. Nevi, sub mal bitte rein. Damit können wir unser Bier bezahlen. Ich kann es nicht im YouTube rein. Wenn du subst, haben wir 5 Euro für Bier. Weil wir haben Nevi weniger. Wir haben auf jeden Fall Geld für Bier. Habt ihr Nevi timeoutet? Nein, haben wir nicht. Der selber getimertet. Ey, du musst noch nicht moderieren. Nein. Doch, Decker. Ich weiß nicht wie viel ich für den Stream mache, Decker. Bei den Weeklys war es so gut. Nein, ey. Du weißt nicht wie viel ich für den Stream mache bei den Weeklys, Decker. Das weißt du gar nicht. Du hast ja nur immer im Grand Final kommentiert mit Geld, Junge. Nein, nee, nee, nee. Vorletzte Woche habe ich auch nicht fett kommentiert. Du hast nicht das Grand Final kommentiert. Doch, habe ich. Grand Final hat niemand. Let's go, Benno. Ich habe mit Sam die erste Hälfte des Grand Final kommentiert. Marcelinho. 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 Was? Komm, Rivka jetzt. Er ist auch im Basar. Was? Sag das nochmal. Sag den Namen einfach nochmal. Super. Ich wiederhole ihn nicht nochmal. Du sprach. Ben Shapiro. Ben Shapiro. Ben Shapiro. Was? Er musste direkt lachen, dass es nicht gut ist. Ben Shapiro ist ein FIFA-Alertau. Oh, das hat es verkackt. Ich bin bei FIFA, aber ich versuche den schönen Taddeus. Was? Was für den? Schönen Taddeus? Oh ja, schönes. Ach ja, ja, ich weiß nicht so meins. Der hat mich mal hingestopft gerade. Das war ein Zocker. Das ist, ja, das ist unser Kommentar. Das ist einfach die History. Da gibt's. Mit dem schönen Taddeus. Warte mal, ich muss mal irgendwie. Wenn das immer noch Game 1 ist, denkt man, wie schwul. Das dauert ja super lange. What the fuck? Okay Leute, euer Lieblings-Chinese ist back. Der Lieblings-Chinese. Der Lieblings-Chinese ist back. Der Lieblings-Chinese. Der Lieblings-Chinese. Der Lieblings-Chinese. Der Lieblings-Chinese. Super in dem Match, das war ihr mit Füßen, zwei und so ein bisschen Prozent. Geht's helder, man. Aber nach Rolf nach Rolf ist vielleicht. Ne, Levi hat sich einen neuen Account gemacht. Wer? Ne, wie nachdem er gebangen wurde für die bayerischen Lerner. Der hat einen 36 Sekunden Timeout bekommen. Ey, Jenny, komm doch nicht nachher und bist im Zimmer rum. Wirklich, Junge. Das ist halt 100 Prozent. Oh, Griff geschafft! Der Mewtwo-Twitch hat. Oh mein Gott! Oh, ich liebe dich! Reefka! 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 Okay, let's go! Match 2, back Prisina. Super, die Folge schick jetzt sofort rein. Reefka hat keine Ahnung, so machen wir das nicht. Aber, es ist kontaktabel. Aber Reefka ist Fuego. Er ist Fuego, aber Fuego heißt nicht, dass er Big Brain ist. Es sind zwei Sachen. Der braucht nur Big Brain zu sein, wenn er Fuego ist. Das Ziel eines Shipwains ist Fuego und Big Brain zu sein. Das ist schwer zu erfreien. Reefka braucht keinen Big Brain, der ist einfach nur Fuego. Entweder Diana oder die andere Sache an dem Tag. Herr Dicker, heute ist der Fuego. Shoutout an Team Serra. Auf Bezar, in Berlin. Reefka, ich will ein Kind von dir. Okay, das sind loser Semis. Ja, Mann! Komm jetzt! Wer das? Ja, Poli, das ist eigentlich seltsam. Wie wie du? Ich würd so gern schlafen jetzt. Ich würd so gern schlafen. Ja! Ja! Oh mein Gott! Reefka ist on Fuego! Reefka ist on Fuego! Reefka ist on Fuego! Oh! Na, schon wieder! Bums! Nee, das geht dir nicht aus! So kann man es überhaupt gar nicht punishen, okay? Wo soll ich? Naja. Boom! Was ist denn Reefka? Reefka ist komplett on Fuego, oder? Den ganzen Tag schon. Und er wollte gehen, ne? Das war riesig stolz, aber das war nicht scheiße. Doch, er wollte gehen. Er wollte 4PT. Und dann muss ein Konzi irgendwo noch hin, um überzeugend zu bleiben. Guck mal, wie er alle... Fickst, Alter! Guck mal! Der fickt den wieder. Ford Jaxi, der super nicht stolz ist. Super perfekt, Mann. Team Surf kommt der Freize an dem Chef. Team Surf! Das wird nicht lange dauert... Vollbremden sind schon witzig. Ich fahre Giebil meinerass. Giebil maufe! Giebil maufe! Giebil maufe! Weißt du, was lustig ist? Riefka hat noch nie einen Freeplay 진짜. Ich hab das für mich eingeladen... Warum ist Riefka so gut? Er braucht er nicht. Er hat seine Nore, ne? Er hat seine Nore. Er ist halt... Ich will, dass der Geltung Rufka den 2-3-6 versiegt, was macht den Rufka nicht schön 6-0. Jetzt kommt noch ein Rest. Ich hab eigentlich nur Fuxi saufen. Ich hab's in einem komischen Modus, wo er Luftweite ist. Ey, Trent und Jenny, wir haben hier Luft und ihr seid dich da. Shame on you. Oh mein Gott, es ist etwa... Dos, cero, auf Wiedersehen? Auf WIDERSEHEN! Da kann ich wieder ins Office. Giepelmann HS. Mike Hovis kann wieder ins Office bei Microsoft. Das ist der letzte für Beutel. Er kann nichts machen. Und ich bin komplett sauber. Bei Benno so geisteskrank. Oh mein Gott, die Leute! Ich bin so gut gespaced als wäre, das wäre besser als Mann. Sebastian, schreib Lasse an. Schreib Lasse an, das ist alles vorbei. Was? Was war das für... Oh mein Gott! Der Raw Wrestling! Der Raw Wrestling! Was ist mit Ophes los, Alter? Ophes ist richtig am Performen, Junge. Was ist los? Was ist los bei dir? Ich hab Kopfschmerzen, weil ich so rumgeschrieben bin. Aber ich bin so nicht geil. Oh! Hey, die Japs mit dem Kopfkasten. Das ist aber scheiße. Das ist gestört, oder? Das ist schmerz, Digga! RFGA schmeckt die Frames. Er schmeckt die Frames! What the fuck, Alter! Was macht der Typ, Alter? Der ist komplett gestört. Auch wenn der Stock hinten liegt. Abschnitt! Ja, Mann! Da wollte Ophes zu viel. Rest bei neun. Was macht Ophes? Also, ich weiß, Kanki in Schick gut resten, aber man soll sich auch nicht übertreiben. Er ist desperate. Man muss das so wie die Kay machen. Nee, das Match ist super schwer für Schick, finde ich. Schick hat keine Kill Confirms. Oh mein Gott. Slipp das! Das war wirklich ein Jig. Also, ich verstehe. Slipp das, Riffga. Im Fall ist es super schwer. Oh! What the fuck! God! Jetzt you to death punish! Ah, okay. Das sind ja auch. Okay, jetzt noch mal ein bisschen Insight zu kriegen. Der macht Schlaf von Weiß. Äh, what hat er während des Oberhandels passiert? Im Mutual-Game, denke ich, dass Sheet gewinnt wegen Midlands und Reis. Du hast einen FG, oder? Er ist Batman. Er ist Batman. Er ist Batman. Er hat ganz gute Möglichkeiten. Aber! ABER! Das große ABER ist, Sheet… Genau das! Genau das! Kann killen. Weil, warum ist Sheet gegen Space is okay? Nee, dann schickt Edgecarl. Levi Lull! Levi Lull im Chat, bitte! Bitte alle mal, Levi Lull im Chat. Wieso ist es 20, 42 und ich bin drunk? Er muss auf dem Handy. Es ist 20, 42 und ich bin drunk. Wie alt bist du denn? 17, ne? Morgen? Montag, übermorgen. Wo ist deine Freundin? Ich hab keine Ruhe. 1 zu 1er. Okay, nein, Loki geb ich mir einfach keine Ruhe. Loki geb ich mir einfach keine Ruhe, deswegen so. Du sollst lieber... OOOH! 250, ist er eigentlich zurückgeblieben? Ganz ehrlich, du wurdest durch was gegangen. Du bist 16 noch. Aber einmal hatte ich auch die Rolls of the Legends. Das ist perfekt geworden. Leute! Auch 16 oder wie? Der ist auch 16. Der wird im... ...dezember. Ich wollt grad, das kann man sagen. Oh! Le Morochi ist 16 und... Geld Junge ist 17. Nein, Geld Junge ist 16, du Mondo. Ja, 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 ja. Offiziell ist Luca nicht mehr der jüngste... ...gutes Mensch. ...gutes Mensch in Deutschland. Sondern der Hüter. Der Monik sucht den Kacken. Du musst doch schaffen. Doch, der ist gestört, der gewinnt das noch. Der 6-0 Flussbaum macht ja. Wenn du Dave da bist, kannst du auch nicht machen. Also Dennis wird das auf jeden Fall... Also... Für den Chat... ...für Insta-Infos. Dennis wärmt gerade Geld Junge auf. Ich bin der einzige am Kommentar, der Tom Achim gewinnt. Es wird Überraschungen geben. Er wäre nur gut, wenn er das Academy gewinnt. Ja, gewinnt das halt auch. Reise mal die Presse, der gewinnt das. 6-0 gegen Buchsbaum. Ich glaub wir müssen Levi noch mal bannen. Ja, lass mal Levi noch mal bannen. Warte mal. Warte mal. Mach ich Time-Out. Ja, hab ich... Ja, hab ich... Hey Levi, du bist... Shit. Komm nochmal nach Berlin. Nein. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt einen Time-Out gemacht. So Levi, du kannst jetzt für 10 Minuten leider nichts mehr schreiben. Mach mal lastig. Ich bin der Lemuten-Ding, Reise. Wo machen? Was ist das? Nein, warte ich muss auf den Rauf... Ich hab schon. Ich hab schon. Hallo, ich hab schon. Ich hab schon Time-Out. Ich geh... Ich geh... Untimed. Nein. Oh. Ich hab schon Time-Out gemacht. Da? Oder wo? Doch Levi sagt was. Kann ich nicht lesen. 2-6. 2-6. Nein, er ist moderiert. Nein, er ist wieder... Levy ist für diesen Kanal gesperrt. Haha. Tschüss. Tschüss Levy. Tusan hat Levy getötet. Tschüss. Nochmal. Ich klicke auf Levy. Jetzt. Nein. Moderieren. Und dann? Murtsstatus aufgeben. Wie steht's grad überhaupt? Äh... 2-6. Na ja, er hat doch das ganze Motch geben. Scheiß. Was? Wir haben noch kein Sub an. Anscheinend hat's gewonnen. Ich kann das nicht mehr dran halten. Ich kann's ja nicht sehen. Ey, wir müssen Set counten. Ja, er ist nur 3-2. Ja, 3-1. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1, du wirst gleich auch gebannt. 3-1, du wirst gleich auch gebannt. 3-1, du wirst gleich auch gebannt. Wenn du... Wenn du gegen Berlin einen Thrashtort machst, wirst du gebannt. Noll. Die Berliner können nur die Wahrheit nicht ertragen. Deswegen müssen wir alle Bayern bannen. Was hat Levi gesagt? Ich wollt ihn anbannen. Nein, wir bannen nur Levi. Was hat Levi denn gemacht? Nix. Er hat die Bayerische und Nationalen gebannt. Ich hab ihn gebannt. Ich hab ihn nicht gebannt. Ich hab ihn gebannt. Du hast ihn gebannt dann. Es tut mir leid, Levi. Also... Ich bin mir sicher, dass es Gründe gibt, um nicht zu bannen. Aber... Aber Lemuh und die hat die Falschen gewählt. Ey, ich hab ihn nicht gebannt. Ich hab ihn gestört. Ich hab ihn nicht gebannt. Ich hab ihn nur gebannt. Ich hab ihn nur gebannt. Losern hat ihn gebannt. Ich hab ihn nur gebannt. Ich hab ihn gebannt. Okay, okay. Ich hab ihn gebannt. Okay, okay. Konzi. Soll ich's rauspacken? Soll ich's rauspacken? Es gibt einen Grund, Levi zu bannen. Soll ich's rauspacken? Schmeiß ihn dann bitte. Nein, pack ihn nicht. Der Maul. Okay. Wollen wir Levi anbannen? Mann, ban Levi jetzt sofort. Silietas! Wie geht das? Ich stimme auf. Okay, tschüss. Hey, ich kann gerade noch... Konzi, sag mir, wie ich Levi anbanne. Ich kann das verdienen. Wie? Modarieren. Ich glaube, dass du anbannen. Wie ist das anbannen? Du musst doch moderieren. Mach eine Moderation. Das müsst ihr jetzt bitte klippen. Weil ich habe Levi nicht gebannt. Ich hab ihn nur getimeoutet. Und das auch nur, weil Kevin das gesagt hat. Wenn du posten kannst, dann poste mal bitte. Das hab ich gemacht. Nein, nicht beähren. Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Levi, wenn du schreiben kannst, bitte schreib wieder. Levi, wenn du uns hören kannst, gib uns ein Zeichen. Ich hab's noch nicht gekriegt. Ich wollte dich anbannen, dass er nur alle buchen ging. Schwein, Alter. Ey, das ist zu eng gestitchen. Ja, da ist er. Levi ist wieder da. Da ist er. Let's go. Schau das an Levi. Direkt wieder bannen. Er lebt. Schau ehrenlos. Direkt ehrenlos. Ne, warte mal. Herr Ripka, wie wird das jetzt noch? Ben, eins, wenn ihr für Levi seid. 2-2. 2-2. Was? Nein. Aber das sind richtig enge Games. Ey, das... Wir sind gleich... My crew... My crew is off. Es hat das zweite Game in die Brille gegeben. Okay, let's go. Benno, du hast das, Alter. Schau das an Bananen-Marmelade, der nie hier ist. 2-2. Was hast du gerade gemacht, Musa? Das war der einzige Ofis-Gerner auf der Welt. Ofis macht so viele Rats und der misst so viele davon. Das ist ein bisschen... Es ist egal, wer gewinnt. Aber Ofis hat Spaß. Ich hab Ofis noch nie Spaß haben sehen. Digga, dieses Arcade ist das Beste drin der Welt, Alter. Ja. Aber Ofis soll... Bestes Kommentar in der Saison. Oh mein Gott, guck mal wie man Spaß hat. Upsmashing! In die Wichse! Oh nein! Das ist doch gar nicht Brawl! Das ist doch überhaupt nicht Brawl! Oh mein Gott, Alter! Nein, nein. Erleb' mich. Ich brauche fucking Rats. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Das ist doch zweimal in einem fucking Rats. Was denn da bei euch gelaufen? Puffs are broken, man. What the fuck? Hey Banane, Banane, komm mal rum jetzt. Fuckin' Ofis, Alter! Let's go, Benno! Warum hat Berlin zwei Icys und zwei Puffs, Alter? Let's go, Benno! Was macht das denn? Was macht Ofis, Alter? Seit wann ist Ofis beim Spielen nicht salzig, Junge? Das ist komplett neu. Komm mal, ey komm mal, das schaffst du! Das macht gar keinen Sinn gerade. Das schaffst du! Das schaffst du! Oh mein Gott, das macht Spaß! Der ist unbesiegbar, wenn er Spaß hat! Ich versteh gar nichts mehr in meinem Leben, Alter! Oh mein Gott! Ey, Rivka! Oh! Das war nur Bär und Bär! Let's go, Alter! Come back jetzt, Alter! Ich weiß gar nicht mehr, wenn wir in. Rivka ist hot! Ich weiß überhaupt nicht, wenn wir in. Ja, genau! Von unten! 20%! Das war weniger als den Rest. Let's go, Alter! Rivka träg auf jetzt! Fucking trailgasm, Ofis macht so viele Rests. Und Rivka kann nichts dagegen machen, weil er viel scheiße ist. What the fuck, Ofis! Alter, Zelda, Zelda! Wir brauchen einen Rest-Counter. Jetzt hat Ofis keinen Spaß, ne? Es ist over. Ofis hat tief was... Bis Pappes geht in die Kette! Zelda! Kein Spaß erlaubt! Ohne Spaß, ne? 30 missed Rests und er ist nicht einmal gestorben. Das ist so witzig, Alter! So witzig, Alter! Oh! Was war das? Eine Zwitte! Schick! Ravka! Rivka, das Feuer zu... Ravka, komm! Marcelinho! Marcelinho! Oh, ja! Jetzt! Ravka! Ravka! Mach das jetzt, mach das jetzt! Ravka! Ravka! Auf geht's, Rivka! Ravka! Nein! Ravka! Oh! Du bist so gestört! What the fuck? Krass Set! Klipp das ganze Set! Hey! Get your kill! Ravka! 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 Ravka!